Musik Rätselhafte Dokumente eines Jahrhundertverbrechens. Es sind die einzigen Bilder, die die Ankunft der Juden in einem Vernichtungslager zeigen, während des gesamten Holocaust. Wer hat diese Fotos gemacht und wieso? Man sieht auf ihnen den Ablauf der Tragödie. Wie war das möglich? Und warum? Das Geheimnis der Auschwitz-Alpen. Fotos aus der Hölle. Jetzt in ZDF History. 11. April 1945. US-Truppen erreichen Nordhausen im Harz. Die GIs stoßen auf Hitlers Raketenfabrik. Das KZ Dora Mittelbau. 20.000 Häftlinge kamen hier ums Leben. Nicht einmal 2000 erleben die Befreiung. Fast alle sind Männer. Auch von den weiblichen Häftlingen sind nur noch einige Hundert am Leben. Eine von ihnen ist die erst 19-jährige Lili Jakob. Am Tag ihrer Befreiung findet sie ein Fotoalbum der SS. Die Geschichte, wie Lili Jakob das Album fand, ist unglaublich. Sie war im KZ Dora, wohin man sie aus Auschwitz deportiert hatte. Sie war krank und man legte sie nach der Befreiung in eine SS-Baracke. Ich fand es in einer Baracke nach der Befreiung. Es lag in einem Nachtschrank, dort, wo man mich hingelegt hatte. Und ich sagte, ich habe ein Album aus Auschwitz gefunden. Ich fand ein Auschwitz-Album. Als sie in das Album hineinsah, erlebte sie einen Schock. Sie sah darin Fotos ihrer Familie, die im Mai 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden war. Es waren die einzigen Bilder, die sie von ihrer Familie hatte, die in Birkenau ermordet worden war. Im Album ist auch ihr Rabbi, Stunden vor seinem Tod. Lili Jakob sieht Freunde und Verwandte. Ihren Cousin. Dann ihre Großeltern. Und ihre beiden kleinen Brüder. Schließlich sich selbst als Häftling in Auschwitz. Es sind tatsächlich die einzigen Bilder, die die Ankunft der Juden in einem Vernichtungslager zeigen, während des gesamten Holocaust. Ohne diese Fotos hätten wir keine bildliche Vorstellung, wie die Menschen selektiert und in die Gaskammern geschickt wurden. Es ist für mich das wichtigste Dokument der sogenannten Entlösung. Diese Fotos sind von so guter Qualität, dass man wirklich jedes Gesicht erkennen kann. Wenn ich in die Gesichter dieser Menschen blicke, dann sehe ich einige Dinge, die mich besonders berühren. Einmal, wie ahnungslos sie sind. Und zum anderen, wie einige unter der Oberfläche ganz ruhig zu sein scheinen. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Andere wirken besorgt. Wo sind wir? Das Album zeigt die Ermordung der ungarischen Juden im Jahr 1944. Jahrelang ist Ungarns Regierung Hitlers Verbündeter. Als sie mit den Alliierten verhandelt, besetzt im März 1944 die Wehrmacht das Land. Bislang waren Juden in Ungarn halbwegs sicher vor Verfolgung. Das ändert sich jetzt. Sie sagten uns, wir dürften 50 Kilo Proviant und Gepäck mitnehmen und würden jetzt nach Polen umgesiedelt. Wie schon zuvor überall in Europa verfrachten die Deutschen die jüdische Bevölkerung in Güterzüge. Ziel ist es, die 800.000 ungarischen Juden noch vor einer möglichen deutschen Niederlage zu ermorden. Der Weg führt direkt nach Auschwitz. Die Gleise sind erst jetzt für die Ungarn direkt bis vor die Gaskammern gelegt worden. 437.000 Menschen kommen hier an. In 147 Zügen, an nur 54 Tagen. 4 von 5 sterben am Tag der Ankunft in der Gaskammer. Am Morgen des 26. Mai erreichen auch Lili Jakob und ihre Familie Auschwitz-Birkenau. Sie sprangen auf die Züge und öffneten die Türen. Wir sollten alle sofort raus, so schnell wir konnten. Wir waren eigentlich froh, endlich wieder frische Luft atmen zu können. Und als wir dann draußen waren, schrien sie immer noch. Männer und Jugendliche sollten auf die linke Seite gehen und Mütter mit Kindern nach rechts. Und dann ging auch schon die Selektion los. Und der Mann ganz vorne schrie und brüllte uns dabei an. Ein Fotograf begleitet die Selektion an der neuen Eisenbahnrampe. Es ist der Beginn der Ungarn-Aktion. Ein sehenswertes, besonderes Ereignis. Die genaue Identität des Fotografen bleibt über 70 Jahre ungeklärt. Und als ich wagte, nach oben zu schauen, sah ich meine Mutter mit meinen kleinen Brüdern weggehen. Und das war's. Als einzige ihrer Familie selektiert die SS Lilly zur Arbeit im Lager. Sie brachten uns ins Lager Birkenau. Und die Häftlinge, die schon länger dort waren, sagten zu uns. Siehst du den Rauch dort? Das ist deine Familie. In Auschwitz ist Fotografieren eigentlich streng verboten. Dieses eine Mal machen die Täter eine Ausnahme. Warum? Ich glaube, die Fotografen wollten zeigen, welche Massen von Menschen ankamen. Und die Effizienz, mit der sie die sogenannte Endlösung betrieben. Vermutlich sollten die Fotos belegen, wie effizient die ganze Operation ablief. Der unbekannte SS-Fotograf folgt den Opfern durchs komplette Lager. Er scheint voller Stolz, einen normalen Tag der Endlösung in Birkenau abzubilden. Die Fotos sind thematisch ins Album geklebt. Man folgt dem Prozess, den die Ankommenden durchlitten. Da ist die Ankunft der ungarischen Juden, die im ersten Kapitel des Albums gezeigt wird. Dann gibt es nach dem Aussteigen den Selektionsprozess. Da werden die Männer von den Frauen getrennt und eingeteilt, wer noch arbeiten kann und wer nicht. Und dann sehen wir die, die ins Lager kommen. In Häftlingskleidung. Und sie sind kahl geschoren. Das sind die Leute, die jetzt zur Zwangsarbeit in Birkenau gezwungen werden. Auch die Frauen tragen jetzt Häftlingskleidung. Jerusalem, Dezember 2015. Das Archiv der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Hier wird das Fotoalbum aus Auschwitz neu untersucht. Die Experten in Yad Vashem versuchen erstmals, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen, an dem die einzelnen Fotos gemacht wurden. Man sieht das Gepäck der Ermordeten. Das meiste sind Säcke und Kleiderhaufen. Doch es gibt auch Koffer. Und auf einem steht eine Adresse. Er kommt aus Berlin-Charlottenburg. Aus den Transportlisten können wir ersehen, wann jemand von dort in Auschwitz eingetroffen ist. Es war wohl am 20. Mai 1944. Durch diese und andere Hinweise kamen wir darauf, dass die Fotos an mehr als nur einem Tag entstanden sind. Die Untersuchungen ergeben, fast alle Bilder des Albums lassen sich drei bestimmten Tagen zuordnen. Die Bilder mit den Koffern entstehen am 20. Mai 1944, die Fotos an der Rampe kurz darauf am 25. und 26. Mai. Bekannt ist, der 25. Mai 1944 ist ein Kühler-Tag. Die SS-Männer tragen an diesem Tag Mäntel. Durch Details auf den Bildern und die abgebildeten Personen können die Experten die Fotos sortieren und datieren. Auf einigen Fotos haben Überlebende später die Opfer dieses Tages identifiziert. Die junge Mutter Henschu Falkowitsch am 25. Mai 1944 bei der Selektion und auf dem Weg in die Gaskammer. Alle Mütter und Kinder sind zum Tode verurteilt. Dr. Heinrich Hegedusch oder der Apotheker Chaim Balassa im Moment seiner Ankunft und später in Häftlingskleidung. Er überlebt den 25. Mai um zwei Monate. Einen Tag später kommt Lili Jakobs Transport an. Es ist ein warmer, sonniger Morgen. Auf allen Bildern sind Schatten zu erkennen. Wenn man in der Sonne steht, ist der Schatten natürlich länger oder kürzer, je nach der Tageszeit. Das erlaubt uns nun, den genauen Ablauf dieses Tages für die ankommenden Juden zu rekonstruieren, von ihrer Ankunft am Morgen bis zu dem, was am Nachmittag passierte. Aus den Schatten lässt sich auf einigen Fotos die genaue Uhrzeit bestimmen. Ende Mai verlaufen die Schatten um kurz vor 8 Uhr morgens parallel zu den Bahngleisen. Die Selektion des Lili Jakob Transports beginnt also etwa um 8 Uhr. Um 10 Uhr sind nun noch die übrig, die nicht selbst zum Krematorium laufen können. Etwa eine Stunde später sind auch sie verschwunden. Vermutlich ist nun Lili's gesamte Familie in der Gaskammer. 14 Uhr. Die ungarischen Frauen, die zur Zwangsarbeit selektiert wurden, gehen kahlgeschoren in ihren Lagerbereich. Und es ist genau 14.30 Uhr, als dieses Foto entsteht. Wir sehen Lili am Ende dieses Vorgangs im Lager stehen. Und wenn wir hier den Sonnenstand sehen, dann ist das am frühen Nachmittag. Und daraus lernen wir nun, dass die SS für ihre grausame Arbeit etwa 6 Stunden pro Zug gebraucht hat. Es ist der 26. Mai 1944. Nur einen Tag zuvor kommt Hauptsturmführer Karl Höcker nach Auschwitz. Der neue Adjutant des Kommandanten. Wir haben noch ein weiteres Fotoalbum. Es stammt vom SS-Mann Karl Höcker mit etwa 100 Fotos. Und wir sehen hier die Freizeitaktivitäten der SS. Das Album beginnt genau in der gleichen Zeit, wie das Album, das Lili Jakob gefunden hat. Wir sehen vor allem, wie die SS-Leute sich entspannen. Die Lagerleitung hatte eine Freizeithütte in den Bergen eingerichtet, gar nicht weit von Auschwitz. Und das Personal entspannt sich hier. Die SS hat Besucher dort und man sieht, alle singen, trinken und Akkordeons spielen. Wir sehen auch Frauen, SS-Helferinnen. Alle lachen und sind glücklich. Und das ist die gleiche Zeit, in der die Juden in dem anderen Album ankommen. Es sind die gleichen SS-Männer, die mit diesen Juden zu tun haben und dann hier Bier trinken, singen, Akkordeons spielen und mit den Frauen zusammen lachen. Das ist wirklich bemerkenswert. Denn das gibt uns verschiedene Sichtweisen auf die gleiche Sache. Wir sehen auf der einen Seite den unfassbaren Schrecken und auf der anderen Seite, dass diese SS-Männer und SS-Frauen eigentlich ganz normale Menschen waren. Das Höcker-Album ist erst seit 2006 bekannt. Es enthält auch die einzig bekannten Fotos des berüchtigten SS-Arztes Dr. Josef Mengele während seiner Zeit in Auschwitz. Das komplette SS-Management des KZs ist bei diesem Betriebsausflug zu sehen. Neben Höcker und Lagerkommandant Bär ist auch immer wieder der Gründer und erste Kommandant von Auschwitz abgebildet. Rudolf Höss. Rudolf Höss kam von Mai bis Juli 1944 noch einmal nach Auschwitz zurück, um die Vergasung der ungarischen Juden zu überwachen, die in diesem Zeitraum in Birkenau ankamen. Es scheint mir, einige der Bilder bei der Hütte hat ein professioneller Fotograf gemacht. Diese Fotos sind wirklich gut komponiert, gut durchdacht, wie ein Profi das macht. Zum Beispiel das Foto, auf dem 70 SS-Männer ein Ständchen geben. Das ist sehr wahrscheinlich ein offizielles Foto der SS. Wenn diese Fotos nicht von Höcker stammen, wer war der Profi, der sie aufnahm? Die Frage führt zurück in die Anfänge von Auschwitz. 1940 verwandelt Rudolf Höss eine polnische Kaserne in das Konzentrationslager Auschwitz. Er lässt hier ein professionelles Fotolabor einrichten, den sogenannten Erkennungsdienst. Der Erkennungsdienst war eine Abteilung, die Anfang 1941 geschaffen wurde. Der Erkennungsdienst wurde im Block 26 eingerichtet. Diese Abteilung beschäftigte sich mit jeder Art von Fotografie im Lager. Hier waren acht bis zwölf Häftlinge beschäftigt, die überwacht wurden von den SS-Männern Ernst Hoffmann und Bernhard Walter. Die Hauptaufgabe bestand zunächst darin, die Häftlinge zu fotografieren. Von jedem neuen Häftlinge machte man drei Bilder. Eines von vorne, eines schräg von vorne und eines von der Seite. Fotos für eine Gefangenenkartei. Der Häftling Wilhelm Brasse machte die meisten dieser Bilder. Wilhelm Brasse ist Fotograf. Als Halbpole, der sich nicht zu Deutschland bekennt, kommt er ins KZ. In Auschwitz ist der Häftling von nun an Hilfsfotograf im Erkennungsdienst. Er fotografiert alle Häftlinge, die die SS nicht gleich tötet. Für den Fall ihrer Flucht. Ich habe vermutlich in meiner Zeit im Lager 40.000 bis 50.000 dieser Polizeifotos gemacht. Ich habe aber auch für die SS-Offiziere Postkarten, Passbilder und Porträts gemacht. Sogar vom letzten Kommandanten, Obersturmbannführer Bär, habe ich Porträts angefertigt. Und Obersturmbannführer Walter sagte dabei zu mir, auch die Porträts im Höcker-Album macht Wilhelm Brasse im Atelier von Block 26. Im Labor des Erkennungsdienstes werden alle Fotos in Auschwitz entwickelt. Ist auch das Album der Lili Jakob hier entstanden? Und stammen die Fotos vielleicht von den Leitern des Erkennungsdienstes, den offiziellen Fotografen von Auschwitz? Hier gibt es eine Dunkelkammer und die komplette Ausstattung, die man braucht, um Fotos zu entwickeln. Daher liegt es nahe, dass die, die hier arbeiten, wie Walter und Hofmann, vermutlich auch die Fotos des Lili Jakob-Albums gemacht haben. Der Leiter des Erkennungsdienstes, Bernhard Walter, wird das später leugnen. Aufnahmen sind von mir, die ich hier in der Hand habe, nicht gemacht worden. Nein, und auch nicht von meinem zweiten Mann. Meine zweiten Fotografen dabei gehabt, solche Aufnahmen sind hier im Erkennungsdienst nie auf dem Tisch gelegen. Herr Walter, Sie sehen nicht die Reaktion einzelner Angeklagter, wenn Sie sagen, Sie waren nie auf der Rampe. Nein. Sie können auf diese Frage die Antwort verweigern. Ich frage Sie ausdrücklich, waren Sie jemals auf der Rampe in Birch gemacht? Ich verweigere die Auskunft nicht. Ich betone nochmal, dass ich niemals an der Rampe Dienst geraten habe und niemals da draußen war. Nun, gut. Unter Eid wird Walter immer wieder beteuern, die Fotos des Albums nicht zu kennen. Er äußert die Vermutung, dass ein SS-Mann die Bilder unerlaubt privat machte. Es war überall in Auschwitz streng verboten, zu fotografieren. Und die Bilder im Lilly-Jakob-Album sind mit Sicherheit ganz offiziell entstanden. Diese Fotos sind auch nicht aus der Ferne gemacht worden oder heimlich entstanden. Alle schauen in die Kamera. Die Kamera sieht jeder. Und auch den Gefangenen war es sicher nicht erlaubt, solche Fotos zu machen. Also eigentlich können nur Bernhard Walter oder Hofmann die Fotografen sein. Niemand sonst. Dafür gibt es noch andere Indizien. Der Hilfsfotograf und Häftling Wilhelm Brasse glaubt, die Schrift im Album zu kennen. Das Album ist sicher im Erkennungsdienst entstanden. Dort gab es Häftlinge mit verschiedenen Aufgaben. Fotografen, Entwickler, Drucker. Und es gab einen Tadeusz Mischkowski. Seine Aufgabe war es, Fotoalben zu binden und die Bilder einzufügen. Wilhelm Brasse sagte, er sei absolut sicher, dass die Schrift im Lilly-Jakob-Album von Tadeusz Mischkowski stammt. Er war sehr bekannt für seine schöne Handschrift. Hat Walter also gelogen? Bekannt ist, der SS-Mann hat häufiger Verbrechen aufgenommen. Walter hatte auch eine 16mm Filmkamera. Er hat damit Filme von den sowjetischen Kriegsgefangenen gedreht, die nach Auschwitz kamen. Wilhelm Brasse hat zwei dieser Filme gesehen. Einer zeigte die Gefangenen im Keller von Block 11, völlig nackt, tausende von ihnen. Der andere Film zeigte, so Brasse, die Ermordung dieser Gefangenen durch Axthiebe. Brasse sagte, dieser Film sei so furchtbar gewesen, dass er ihn nie habe vergessen können. Wilhelm Brasse selbst muss später für Dr. Mengele arbeiten. Der Häftling im Erkennungsdienst fotografiert die Opfer der bestialischen Menschenversuche des SS-Arztes. Ich hatte großes Mitleid mit den Kindern. Ich wusste ganz genau, dass diese Kinder nach meinem Foto dem Tod geweiht waren. Ich verfluche Gott dafür. Ich verfluche ihn. Ich verfluche ihn. Ab 1941 expandiert das KZ Auschwitz. Es entstehen fast 50 Nebenlager. Das größte, Auschwitz II, genannt Birkenau. Ein Lager für 100.000 Häftlinge und später für die Menschenvernichtung. Hier entstehen vier Krematorien mit Gaskammern. Der Ausbau des Lagers und der Bau der Krematorien ist in einem weiteren Fotoband mit 400 Bildern dokumentiert. Es ist neben den Alben von Lili Jakob und Karl Höcker das dritte und letzte bekannte Album von Auschwitz bisher. Es ist schwer zu sagen, wie viele Alben es noch gab, aber Wilhelm Brasse erinnerte sich an mindestens noch drei weitere, die an der Rampe aufgenommen wurden. Er sagte, in einem Album seien Fotos von Menschen gewesen, kurz bevor sie in die Gaskammer gingen. Er erinnerte sich besonders an das Foto von einer Frau, Augenblicke, bevor sie in die Gaskammer geschickt wurde. Ihr Blick sei so voller Angst gewesen, dass er sich immer daran erinnern würde. Die Tat zeigt das Album der Lili Jakob nicht. Auf keinem der erhaltenen SS-Fotos ist der eigentliche Mord zu sehen. Nur fünf Tage nach Lili Jakobs Ankunft überfliegen alliierte Aufklärer Auschwitz-Birkenau. Ihre Aufnahmen zeigen Züge, Menschengruppen und die Krematorien. Hinter einem der kleineren steigt Rauch auf. Es gab plötzlich so viele Leichen, dass die Krematorien überlastet waren und deshalb begann man nun auch parallel die Leichen im Freien zu verbrennen. Heimlich entstehen diese Aufnahmen aus der Gaskammer heraus. Fotografiert von einem Mitglied des jüdischen Sonderkommandos, das die Leichen der Opfer beseitigen muss. Vor diesem Krematorium müssen sich die Menschen im Freien ausziehen. Es gibt einen Bericht, wie die geheimen Sonderkommando-Bilder entstanden. Es heißt, Alex der Grieche habe den Auslöser gedrückt, doch auch andere seien beteiligt gewesen. Das war unglaublich gefährlich. Es ist nicht ganz klar, woher sie die Kamera hatten. Vielleicht hatten sie sie dort gefunden, wo die Habseligkeiten der Ermordeten lagerten. Auf einem Foto des Lili-Jakob-Albums sieht man ebenfalls im Hintergrund Rauch aufsteigen. Und dieser Rauch stieg möglicherweise vom selben Platz auf, den die heimlich aufgenommenen Fotos zeigen. Der Platz, an dem die Leichen unter freiem Himmel verbrannt wurden. In unmittelbarer Nähe dieser Stelle warten die Erschöpften geduldig, bis sie an der Reihe sind. Der SS-Fotograf bewegt sich auf Augenhöhe, zwischen den Familien. Als sie sich erheben, bittet er noch um ein Foto. Dann begleitet er sie zum Krematorium. Nur ein Bild verrät vielleicht Panik. Die meisten jedoch ahnen nichts. Erst gingen sie in den riesigen Raum, Entkleidungskammer. Dort haben sie aufgeschrieben, Fertit Leniteur, das ist, denke ich, auf Ungarisch Sauna oder so. Und da waren solche gewöhnliche Pritschen auf einer Bank. Und über jede war ein Knopf von Holz mit einer Nummer. Und da sagten sie, merken Sie sich gut die Nummern und binden Sie schön die Schuhe zusammen und schön die Sachen. Und beeilen Sie sich ein bisschen. Die Suppe oder der Kaffee wird kalt. Und manchmal gab man ihnen noch sie mehr zu, ein Stückchen Seif oder etwas, um sie noch mehr zu beruhigen. Und dann gehen sie in die Kammern. Und dann der erste Blick ist, es war ja beleuchtet, sie sehen die Duschen. Man hörte von innen das Kratzen an den Wänden und die Schreie. Wenn das zu Ende war, wussten wir, alle sind tot. Alles war voller Blut. Wir benötigten zwei, drei Stunden, um alles sauber zu machen für den nächsten Durchgang. 30 Minuten vorher habe ich sie noch gesehen und sie waren alle noch am Leben. Jetzt waren alle tot, schwarz und blau vom Gas, ineinander verschlungen. Es war schwer, sie hoch in die Öfen zu schleppen. Es war fast unmöglich. Man musste sehr stark sein, da die Menschen durch das Gas so ineinander verschlungen waren. Es war die Hölle für uns, sie in die Öfen zu bringen. Wer bei der Ankunft nicht sofort in die Gaskammer geschickt wird, auf den wartet Sklavenarbeit im Lager. Auch für Lilly Jakob. Sie brachten uns in eine Baracke und wir hatten ab diesem Moment die Aufgabe, die Toiletten zu reinigen und den Wagen mit den Exkrementen aus dem Lager zu ziehen. Ja, das war unsere Aufgabe. Im Dezember 1944 verlegt die SS Lilly Jakob westwärts. Sie soll in der Rüstungsindustrie arbeiten. Einen Monat später nähert sich die Rote Armee. Wir hörten plötzlich von den SS-Leuten, dass die Russen immer näher kamen. Und dann, am 20. Januar 1945, kam Bernhard Walter, der Chef des Erkennungsdienstes, hereingestürmt und rief, jetzt kommt der Ivan. Prasse, sämtliche Aufnahmen sofort verbrennen. Entgegen dem Befehl verbrennt Brasse die meisten Häftlingsbilder nicht. Tausende entgehen der Zerstörung. Auch andere Fotos bleiben erhalten. Die Fotos in den Alben und einige Bilder der Mängel der Experimente und der Film mit der Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen, das alles wurde sorgfältig verpackt. Wir wissen nicht, wohin alles geschickt wurde, doch ich glaube, es wird irgendwann wieder auftauchen. Erst im Januar 2016 taucht in den USA ein Karikaturenheft des Erkennungsdienstes auf. Zu sehen sind Ernst Hofmann und Bernhard Walter, die Fotografen von Auschwitz. Nach der Räumung von Auschwitz werden Richard Bär und Karl Höcker in das 600 Kilometer entfernte KZ Dora Mittelbau versetzt. Es ist möglich, dass einer von beiden das Album mitnimmt, das Lili Jakob hier findet. Als im April die Amerikaner das KZ befreien. Die Sieger zeigen schon damals Interesse an Lili Jakobs Fund. Es war ein amerikanischer Soldat von hohem Rang, der nach der Befreiung zu mir kam. Er sagte, du hast etwas ziemlich Wichtiges. Wir brauchen das. Er wollte das Album von mir haben. Er sagte, er bräuchte es für kommende Kriegsverbrecherprozesse. Aber ich sagte ihm, das bleibt bei mir. Ich gebe es nicht mehr her. Lili kehrt in ihren Heimatort zurück. Fast niemand ist mehr hier. Einer der Überlebenden ist Max Zelmanowitsch. Die beiden heiraten, nach der Geburt von Tochter Esther, wandern sie aus. Meine Mutter träumte immer von Amerika. Sie sehnte sich nach der Freiheit, von der sie gehört hatte und die Amerika für sie repräsentierte. Lili zieht mit Mann und Tochter nach Florida. In Miami Beach arbeitet sie als Kellnerin. Und einmal macht sie ihre Vergangenheit und das Album öffentlich. Es gab damals eine Fernsehsendung, die nach Miami kam. Sie nahmen Wünsche entgegen. Die Sendung hieß Königin für einen Tag. Und meine Mutter sagte, da mache ich mit. Ihr Wunsch war, dass ihre eintätowierte Auschwitz-Nummer entfernt wurde. Und die Sendung lief so ab, dass das Publikum durch Applaus über den Wunsch entschied. Ein Messgerät zeigte den stärksten Applaus und so ermittelten sie den Gewinner. Alle sahen die Sendung, jeder hörte davon, alle sprachen darüber. Und dann schrieben auch die Zeitungen und Magazine über meine Mutter und das Fotoalbum. Frankfurt 1964. Das Bürgerhaus Gallus. Auschwitz-Prozess. Unter den 22 angeklagten SS-Tätern sind auch Karl Höcker und Richard Bär. Der erste große Nazi-Prozess der Bundesrepublik beginnt 20 Jahre nach den Aufnahmen an der Rampe. Die Geschichte von Lili Jakobs Album hat auch Deutschland erreicht. Er sagte mir, sein Name sei Dr. Hofmeier. Er sei der Richter des Prozesses. Und er bräuchte dringend meine Hilfe. Denn ich sei die Einzige, die alles beweisen könne. Eigentlich hatte ich geschworen, nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen. Aber er bat mich so sehr, dass ich mich dann doch durchringen konnte, zu kommen. Lili Jakobs Album ist jetzt ein entscheidendes Beweismittel. Herr Wittnes, Sie haben hier als Beweis geändert, dass Sie in der Arbeit einen Nachteil von Fotografien stellen und die Rampen aus Auschwitz und Birkenau nous zeigen, die sind im Album und die werden zu demhof пишут. Ja. Dann können Sie sie uns presentieren. Doch dem Gericht bleiben Kopien. Sie belasten die Angeklagten schwer. Vor allem einen. Stefan Baretzki. Nur er dreht auf einem der Fotos am 25. Mai 1944 zufällig den Kopf. Sein Gesicht ist deutlich zu sehen. Das Gericht verurteilt ihn deshalb zur lebenslange Haft. Bernhard Walter, der Fotograf von Auschwitz, sagt im Prozess zunächst aus, die Bilder im Album nicht zu kennen. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist mit meinem Apparat nicht gemacht worden. Er bekommt jetzt das Bild von der Rampe gezeigt, wo der Baretzki drauf ist. Das von Taubseite soll. Nein, die Aufnahme habe ich nicht gemacht. Haben Sie auch nicht gemacht. Sehen Sie sich die anderen auch ruhig noch an. Das ist zum Beispiel möglich hier. Das ist wahrscheinlich. Das könnte auch was sein. Und diese Aufnahme kann man sehen, ja. Das ist eine Laboraufnahme. Also hören Sie mal, die Aufnahmen sind so gut, dass ich sagen möchte, die kann keine Aufnahme gemacht haben, sondern die müssen eigentlich... Nein, Herr Pflinger hat ja keiner gemacht, Herr Vorsitzender. Und hier, das sind Eisenbahnwaren dabei. Die habe ich gemacht, das ist gleich am Anfang gewesen. Die haben Sie selbst aufgenommen. Die habe ich auch selbst aufgenommen. Ja, er sagt, am Anfang hätte er es wohl aufgenommen. Sie haben eben gerade gesagt, dieses Bild hätten Sie zu Anfang selbst aufgenommen. Da kann ich nicht genau sagen, ob es von dir stammt oder von Hofmann stammt. Zehen habe ich es auf jeden Fall. Also er weiß nicht genau, ob es von ihm stammt oder von dem Hofmann. Für einen kurzen Moment gibt Walter zu, 14 Bilder gemacht zu haben. Das waren vor allem Bilder, die dem Stereotyp des Juden entsprachen. Fotos der Nazi-Propaganda. Ich glaube, er suchte sich Bilder aus, die ihm weniger belastend erschienen. Wenn wir uns ansehen, was er da herausgesucht hat, und wir wissen ja jetzt erst, was alles zur selben Zeit aufgenommen wurde, also auch von ihm stammen müsste, dann überführt ihn das der Komplizenschaft des Mordes an wirklich vielen Menschen. Es gibt nun keinen Zweifel mehr, dass vor allem Walter, der Fotograf zumindest sehr vieler dieser Fotos war, sie sind nicht heimlich gemacht worden. Walter selbst steht da, und jeder weiß, was er tut, und er selbst auch. Bernhard Walter kommt ungestraft davon. Das Gericht glaubt ihm, und die Geschichte der Lili Jakob gerät wieder in Vergessenheit. Dann, Jahre später, erscheint wieder ein Artikel über Lili und ihr Album. Erst jetzt sieht der Historiker Serge Glasfeld die einzigartigen Fotos. Ich habe dann angefangen, nach ihr zu suchen, sie aber nicht in den Telefonbüchern gefunden. Und dann habe ich endlich durch einen Privatdetektiv erfahren, dass Lili Jakob erneut geheiratet hatte und jetzt Meier hieß. Serge Glasfeld fliegt nach Miami, mit einer Bitte. Sie hat mir das Album gezeigt, und das war ein unglaublich wichtiger Moment für mich. Ich wollte von ihr, dass dieses Album an einen jüdischen Ort kommt, nach Yad Vashem, weil es das Zentrum der Archive der Shoah ist. Und Überraschendes geschieht. Lili willigt sofort ein. Als ich das Album in den Händen des israelischen Ministerpräsidenten Begin und dann in Yad Vashem sah, da war ich glücklich. Glücklich als Historiker, aber auch als Jude, der seinen Vater in Birkenau verloren hat. Es war ein sehr bewegender Moment. Es war eine sehr große Emotion. Sie fuhr nach Israel, um das Album abzugeben. Nach Yad Vashem. Damit es für immer weiterleben würde. Seit August 1980 befindet sich Lili's Album in Jerusalem. Es ist schön, dass jeder es sich jetzt ansehen kann. Und auch, dass andere darauf aufpassen. Das musste ich ja vorher tun. Und nun ist es gut, dass es andere machen. Im Dezember 1999 stirbt Lili Jakob. Die Bilder ihres Albums sind bisher der einzige Fotobeweis für das, was in Birkenau an der Rampe geschah. 1,1 Millionen Menschen ermorden die Deutschen in Auschwitz. Ein Drittel davon sind ungarische Juden, getötet in nur drei Monaten. Das Album der Lili Jakob. Es zeigt drei Tage davon im Mai 1944. Drei Tage in Auschwitz. 3,1 Millionen Menschen. Drei Tage in Auschwitz. Drei Tage in Auschwitz. Drei Tage in Auschwitz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020